Und da geht es schon wieder los auf der Sternenbasis mit... Das ist nicht Dropshot, oder? Äh, irgendwie nicht, nein, wir wollten Überraschung ja machen. Dann machen wir ein Überraschungsspiel. Und danach sofort Dropshot. Ja. Was ist das denn jetzt? Das ist ein Überraschungsspiel. Das ist, wie letzte Woche Samstag, der Modus Wumble. Äh, konntest du nicht irgendwie einstellen, dass... Ja, schon, aber... Dann machen wir jetzt eine Runde hier so nochmal und danach den Wechsel. Yes. Ich weiß, dass es so schön ist, okay. Genau. Nochmal ne Zugabe, weil wir drei Niederlagen in Folge hatten in der letzten Woche Samstag in diesem Scheiß-Sopfer. Schwarz ist ein Samstag. Ja, dann Freitag aufgenommen worden ist. Ah, ich will auch noch mal den Spike einlassen. Ich will mir gerne ein bisschen drücken. Alle Deckspieler hier auf einem Platz. Ne, ich bleib' ich nicht, ich bleib' ich hier. Boah, habt ihr den gesehen? Nein. Nein! Wow! Okay, ich hab ihn gesehen. Nein! So, ihr dürft jetzt nicht damit spielen. Doch mal nicht. Ihr dürft jetzt nicht damit spielen. Nein! Kommt nicht dran! Da, da! Sandsturm! Ah! Oh! Fahr schneller! Fahr! Ja! Alter! Hat nicht gereicht. Aber für die Zerstörung hat es gereicht. Das ist doch einmal in etwas. Ja! Nein! Komm schon, Chris! Komm schon! Nein! Ah! Nein! 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 Das ist doch nicht wahr. Ich glaube, es ist doch viel gewesen. Zweimal, da. Oh! Ich mag das. Ja! Du musst das seien! Alter, was war das denn jetzt, ey? Dreimal Spikes hatten wir. Und über 3x die Boxer schon waren, ey. Wir sind über anderthalb Minuten geworfen am ersten Zort, ne? Das ist schon lange jetzt. Wow! Digga! Willst du nicht klicken? Mario, habe ich gerade gelernt, wie es geht? Ja. Es scheint, als wenn einer AFK ist. Ist das so? Okay, ich mach mit. Kann sein. Ich wollte uns zerstören! Nein! Nein! Ja, okay. Nein, ich wollte... Hau den weg, ey! Hau den Lukas! Hau den Lukas! Das kommt schon! Das kommt schon! Das muss reingehen! Nice! Mach ich doch! Danke! Bitte! Bitte! Ich meinte eigentlich den Gegner. Bitte! Danke! Naja, egal! Ich habe mir voll mit den Gegner greifen. Klar! Er war's! Ich finde, die Gegner haben auch die Lorbeeren für ihre eigene Tor bekommen. Und ich mach' zu hoch! Nicht rein! Aber jetzt machst du ihn! Nein, nein! Da bin ich rein! Da bin ich nicht mehr! Aber jetzt geht er auch nicht rein! Aber jetzt! Nein! Nein! Ich hab' das zum Verstander vorgelegt! Und ich hab' die Ecke! Ich hab' das mal! Ich hab' die Ecke! Ich hab' die Ecke! Ich hab' die Ecke! Mit der Jugend lebst du? Das war ein Verbreit-Jugendsprache. Hast du aber mitbekommen, dass die Jugend heute noch so viele Wörter drauf hat? Nein, nicht. Hab ich, wer zu dieser Jugend gehört? Clemens, Alter. Clemens? Ach du Scheiße. Könnt ihr denn irgendwie in die Mitte spielen? Ist das möglich? Nein, mit dem Handschuh von denen nicht. Der geht in die Mitte, ja. Das mag ich immer. So, so schnell werdet mal einen Pimpel. Was heißt Pimpel? Pimpel. Pimpel, Pimpel. Pimpen wir immer. Pimp my Pimpel. Boom, bitch! Get out of me! Get out of my way! Ich hab das, äh, bisschen... Ich bin krank, ich darf das komisch sagen. Okay, Mario ist vor mir, aber... Ich schiebe das nicht mal so leicht. Ja, total. Ich hab so'n kleines und keinen Wagen. Du wolltest was anderes sagen, oder? Äh, nein, jetzt möchte ich... Oh nein! Scheiße, der geht echt rein! Der Mixer! Der Mixer! Ich hatte zwar noch meinen Haken, aber ich könnte den so nicht einsetzen können, also ich könnte eigentlich so machen können. Ja, besser als das. Drehst du den aber alt. Mario! 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 Ja! Oh, okay. So, das ist wieder ein Bücher. Nein! Nein! Jawoll! Ich bin mal nach vorne. Ja! Nicht ganz. Was ist jetzt wieder passiert? Achtung, der kommt! Scheiße! Nein! Ich hab' den einen getauscht und die anderen haben auch getauscht. Ich hab' den dann mit Tausch gemacht. Chris. Ja. Krasser Chris. Press Ball! Krasser Bischi! Aber das tut gut. So, jetzt wollen wir keine Niederlage. So, jetzt wollen wir keine Niederlage. Oh, da hinten. Der packt das. Der packt alles. So weggezogen, damit wir weiter spielen. Zu gefährlich! Zu gefährlich! Zu gefährlich! Zu gefährlich! Uh! Bitte! Da kommt der Handschuh gerade. Shit! Der wäre fast reingegangen. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's kriminell. Und was war das für ein Magnetik? Nee, das war meiner. Aber... Ja, ich meine aber... Oh, ich bin zerstört. Ich weiß leider nicht, was das für einer war. Komm, Mitte! Noch einmal, bitte! Ich bin nicht da! Oh, schade. Ich bin zerstört. Ich bin zerstört. Ich fahr. Ja. Jetzt wird's am Ende nochmal richtig spannend. Wird die Team-Team-Box bestehen oder wird das gnadenlos fertig gemacht? Ja. Dies und alles näher seht ihr nach der Wärme. Hinterberechtung! Was passiert hier? Ah, das wird gerade dreimal im Stück getauscht. Ah, nee, da hinten ist unser Tor. Ja. Aber man findet echt schnell den Überblick, wenn man dreimal hintereinander getauscht wird. Nein! Nein! Sorry! Ich hab den wieder weggebasht. Als ob du das... Ja, wirklich! Hab ich! Was ist jetzt noch? Nein! Nee, geht aber jetzt. Nee, ich konnte nix machen. Ich hab den Boost gehabt. Nee, war keine Absicht. Oh nein! Der Spiky. Der Spiky. Heiz auf! Nein! Ich hab ihn noch getauscht. Ja, aber... Zu spät. Das sieht man jetzt nicht gleich. Ah... Wollen wir nicht tauschen? Warte, bald geht's weiter. Fuck! Michi, wir sind bereit. So viel zu... Gewinnen. Mist, ich wollte nicht. So, Michi, jetzt bitte richtig. Kiste Nitro. Das heißt, wir gehen jetzt alle zurück ins Hauptmenü. Ja. Chris wird vielleicht wieder süchtig und kauft wieder Schlüssel aufm Marsch. Ich muss Schlüssel kaufen. Fuck! Michi, starte bitte! Ah, yo! Ahm... Muss man denn mit echtem Geld kaufen, oder ist das so Spielgeld? WCSGO. WCSGO. Nur etwas billiger. Nee, ich kauf das nicht. Und jetzt kommt so ne geile Matchrunde mit... So geläuft. Nice. Drop. Shot. Yo. Dann... Nice. Dropshot. Ja, nice guy. Also wenn nicht so spiel geht es darum, das gegnerische Feld zu zerstören und dann den Ball auf den Dort zu versenken. Wie genau das geht, keine Ahnung. Ja. Sehen wir gleich. Ah, alles klar. Der Ball wechselt nämlich immer wieder seine Farbe, je nach der Übung und dann... Und er ist neutral, aber... der hat's noch nicht unsere. Boah, wir haben schon ein Loch. Nein, hat der nicht. Der hat noch zwei. Der hat sich unsere Farbe. Ja, ich dachte, du meinst hier... Nein. Ich dachte, du meinst hier das Verhältnis haben. Nein. Du wolltest nicht denken. Wie oft doch. Du kannst es nicht. Boah, halt's mal. Das mit dem Denken funktioniert nicht immer. Oh, fuck. Wir sind so rum abgerufen. Nee, ich komm gar nicht da rum. Alter, warte. Der ist ein Loch, ne? Jungs, der ist ein Loch. Der ist rot. Ich sag, der ist rot! Ähm, muss ich mal mit den Fläder berühren? Und zwar ein roter Ball, danke. Ja! Ja! Schönes Loch! Danke. Fliege und hege ich immer. Oh. Nicht in seine Löcher. Ja, komm! Geh rein! Was hab ich für ein Problem? Malhe? Ja, das hat er ja schon in der letzten Folge, dass er deine Löcher ansprechen muss. Ging jetzt gerade um Chris 1, aber egal. Ja, also hier, es geht ja gerne um Löcher. Ist noch rot. Ist noch gut, ist noch rot. Ist immer noch rot. Ist noch gute Qualität. Ist blau, ist noch falsch. Blauuu! Ist blau! Ist rot! Ist rot! Ist rot! Ist rot! Ist rot! Oh! Löcher! Ja! Ja! Jetzt redest du auch von Löchern? Was ist denn dein Problem? Ja, ich weiß! Ja! Nice! Schönes Ding! Schön eingeloggt! Ja! Also, Dropshot ist definitiv zu zweitig. Also, es geht hier auf jeden Fall um Löcher. Also, es geht hier auf jeden Fall um Löcher. Du bist einfach durchgefallen, ne? Wie war's denn eigentlich? Du bist sogar durchgefallen, oder? Ich glaube, das ist nur, wenn das Tor passiert ist. Boah, blau! Blau! Boah, rot! Boah, rot! Boah, das ist schön. Boah, das ist schön. Das ist gut. Das ist so gut. Man kann ihn noch aufladen. Wenn man auch... Wenn man auch... ... noch gut dagegen schlägt, dann wird er richtig festblaue Leute. Oder gut. Oder gut. Der kommt zu unterbrechen. Okay. Der ist sehr schön. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ja, das ist gut. Alles gut. Boah. Ja, der wird jetzt eingetütet. Komm. Ah, schönes Lauf. Und? So mögen wir die Löcher, ne Jungs? Ja! Nice! Komm, jetzt! Jetzt eingelaufen, oder? Ja, nice! Ja, nice! Ja, nice! Ich hab schon den perfekten Folgentitel. Ja! Schrei hat's? Ne. Schrei hat's? Schrei hat's? Ne. Schrei hat's? Ach, Löcher? Ja. Irgendwas definitiv mit Löcher. Ja, das muss irgendwie noch ein paar Tick kommen. Kann der Ball? Also öfters aufladen, je mehr man den trifft. Ja. Und dann, wie er neutral wird und wann er irgendwie beschaden wird. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Okay, bleu! Hau den, rüber, haut den, rüber! Das wird echt gefährlich jetzt, Leute. Bei uns. Mit den Löchern. Jawoll! Sie ist immer packen, mit dem Ball wieder zu safe. Jetzt ist er richtig fett aufgeladen. Okay, okay, das gefällt mir gar nicht. Der ist jetzt nochmal fett aufgeladen. Was ist denn mit einem aufgeladenen Ball von uns, der auf unser Loch kommt? Ja, der geht durch, der geht durch. Echt? Blau. Rot. Blau. Totales Rot und viele Löcher, viele Löcher. Da will einer... Nein! Na hauptsache, wir haben jetzt ein neues Feld, ne? Ja, geht, ne? Ich hätte es trotzdem nicht mehr gepackt. Obwohl, ich hätte ihn vielleicht gegen die Kante geschleidert. Wir beide. Achja, es gibt ja kein Tor. Ich feiere es. Ja. Ich bin noch voll... Nein! Nein! Wir haben schon ein Loch gemacht, oder? Wir haben jetzt ein größeres Loch. Oder... Komm, warum... Nein! Es ist rot, es ist rot, es ist rot, es ist rot, es ist rot. Oh, es ist blau. Oh, der kommt auf... Er kommt aufs Loch. Ja, voll. Oh, es ist rot. Oh, es ist rot. Nein! Blau! Nah beim Loch, nah beim Loch! Hau sie weg, haut sie weg! Wo ist denn der jetzt auf einmal hochgesprungen? Jawohl, an der Kante von deren Loch. Blau! Rot! Blau! Blau! Oh, muss halt... Äh, Beuiz zuge... Ja, gut. Okay, jetzt safen. Rüte! Rot! Rot! Schön! Schön! War schon knapp, aber... Ja, aber wieder ein Sieg! Nein! Nein, alter! Jetzt muss das raus schneiden! Jaaaa! Wunder mich als Nazi da abstecken! Kein Sinn! Kein Sinn! Kein Sinn... Was denn Stille? Alle sind geschockt!? Hat er das gerade wirklich gesagt? Ich glaube er hat es wirklich gesagt! Warten immer noch auf einen scheiß Juden, der noch nicht abgestimmt hat. Es ist okay Chris, es ist okay, alles wird wieder gut, alles wird, alles wird relativ normal. Was übrigens ne Fehlinfos ist und war selber dann total genial. Wow. Wow. Karaden. Karaden. Ich glaub der muss ihn immer wieder aufblasen und dann entlädt er sich immer, wenn er jetzt schaden macht. Wenn er irgendwie auf was trifft. Wenn er auf dem Boot trifft, entlädt er sich. So sehe ich das. Oh ja, okay. Jawoll. Aber leider nur ein Loch. Noch ins Loch. Alter, ich hab die doch voll getroffen. Ah ne, wir müssen ja erstmal... Äh, eins. Wir haben zwei Löcher hier bei uns. Das ist die falsche Richtung. Ne, die sind die Löcher. Das gibt mir doch schon Mühe. Alter. Alter. Ja, mega Schaden. Nice. Boah. Großes Loch. Oh shit. Ohle maule. Das gibt aber... DAS DIGET! Könnte doch nicht die ganze Trababra sein, du musst mal auch ordentlich den lösen verstocken... Der kommt er nicht so schön aus... Ok, dann sind schön abgeregt... нойt! Nein! Ich meinte gerade wegen unserem Loch. Wegen unserem Loch? Ja, genau. Loch ist ein Loch, ne? Alter. Oh Gott. Ich bin also in der nächsten Runde definitiv für Eishockey. Das ist weniger schwer. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, you little shit. Das war ein bisschen gefährlich. Nein. Du musst weg. Nein, ich krieg nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht, wie ich daran gekommen bin. Okay, das war's. Nein! Hau in die gefährliche Richtung. Ja, aber irgendwie musste er weg. Der wäre drin gewesen. Nein. Da hinten ist gut. Schön. Komm, locht ihn ein. Wir haben ein großer Loch hier. Nein. Nein. Das war ganz schlecht. Ja, 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 ja. Ich hab ihn noch gerettet. Seht ihr doch? Ja, unbedingt. Jetzt aber nicht mehr. Doch. Jetzt doch mal. Seht ihr, ist alles doch drin. Ich hab nichts zu tun. Ja, ja, ja. Oh nein. Nein. So ein knappes Spiel. Ja. Ja. Voll. Boom. Und die haben wir im Bot. Wir haben immer noch das Loch. Wir sind echt ein Schweizer Käse, ne? Oh, das war's. Oh. Hör auf, das zu behaupten. Okay, einer muss immer wahrscheinlich ein bisschen so hinten bleiben. Oh, der wird gefährlich jetzt. Schön. Nochmal. Komm nicht ran. Nein, ich krieg nicht. Was ist das? Alles ist alles ist. Und aufdötchen lassen. Nein. Ja, aber. Nur Platz. Der Punkt ist rot, aber es ist ungefährlich. Oh. Das war jetzt mehr als knapp. Nein. Nein. Glanzparade. Das Fett ist noch größer. Hau her auf den Deck. Die kommen nicht ran. Ja. Gut. Wir wollen zu null spielen, Jungs. Ja, ein riesen Loch haben die jetzt. Lass die mal runterkommen. Nein. Alter. Ja. Heftiger Sheet. Guter Sieg zum Ende. Warum bin ich denn diesmal die Trantüte? Als ob du ein Schutzengel wärst. Ja, hallo. Irgendwie zwei Glanzparaden, ey. On point. On fleek. Aber wir haben es noch geprobt. So. Und diesmal gehe ich jetzt zurück ins Hauptmenü. Ja, das ist gut. Da hin. Okay. Dann geht's weiter. Nächste Woche Samstag. Mit Eishockey. Mit Eishockey. Wenn mich jetzt richtig einstellt. Ja, vielleicht. Wenn mich jetzt richtig einstellt. Okay. Ciao. Ciao. Ciao.